ja was geht herzlich willkommen zu diesem video heute spielen wir mit diesem nassen ball fußball voller schnee superwetter im märz leute es ist märz und was haben wir hier kokain ja wir machen insgesamt zwei challenges das sind wenn man das auf dem video sieht ich hoffe das sieht man nicht auf dem video auf jeden fall einmal machen wir eine natten schießt challenge ganz klassisch und dann machen wir zeige ich euch mal gerade schlimmer schwamm mit darauf diesem trampolin wird einem dann den ball der ball zugeworfen man hat egal wie kopf fuß von mir aus auch mit dem hintern muss man den ball raus befördern und in dieses tor dahinten schießen da bist du bereit ein bisschen so so viel so viel so ist er so viel bereit leute ich bin einmal mehr mit gummimauer let's go erster schuss erstes tor und sagen ja kein problem wir machen eine latte die schell ich für das ich weiß erstes tor ooo hab ich erstes tor ja erster schuss komm 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 sony Grizz kommt in đ Halt dein Maul, stellst du da hin. Ich will selbst das Tor auf. Ich will jetzt nichts sagen. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. So, wenn du jetzt nicht triffst, ist die erste Challenge direkt verkackt, du Opfer. So, Junge, jetzt schieß. Du schaffst, schaffst du nicht. Der war ja gut. Der war ja richtig gut. Oh, falsch. Also, warte, hallo, Entschuldigung, Entschuldigung. Was sagen Sie zu Ihrem Schuss? Kajut, woran zu legen, ne? Das machen wir sicher, dass er sich immer woran gelegen hat. So, ich würd' sagen, erster Punkt geht an der Ball, Junge. Ich hab gewonnen. Erster Punkt. Oh nein. Fast. So, Leute, es geht jetzt los. Drop. Wow. Ist als erstes auf dem Trampolin. Ich werf' den Ball hinzu. Insgesamt hast du einen Kontakt. Einen. Ja, einen Kontakt. Wo muss ich drüber schießen? Versuch, vielleicht nicht auf die Straße zu schießen. Verbreit, wann zieht er durch? Mach zu. Versuch, vielleicht nicht auf die Straße zu schießen. Ist das eine Sache. So, insgesamt fünf Versuche. Ja, fünf. Fünf. Nicht wieder ein, Alter. So, ich würd' sagen, let it go. Erster Lall. Mach ein Schicht breit. Wollen wir uns springen? Wollen Sie aussuchen. Du weißt schon, das ist schon, ne? Okay. Ich schlacht. Okay, let's go. Ich will nicht wieder drüber. Immerhin haben wir's übers Netz gekriegt. Weiter zu suchen. Mach es breit. Let's go. Neu, der geht. Doch, der gesagt hat, der geht. Hey, welcher Hügel war das? Der hier. Guck mal, da kommt schon die Feuerwehr. Die denkt sich auch, nee, das geht so nicht. Ey, dieser Hügel. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ey, okay, also einen hast du schon mal reingemacht. Ich bin gespannt, ob du noch einen reinmachst. Ja, mach mal gucken. Nein, ich kann daneben. Können wir doch nicht zweitdeutsch sein. Nein. So, dein vierter Versuch. Let's go. Also, Bilanz bisher. Vier Schüsse. Ein Tor. Ich würd sagen, viel Glück. Danke. Und los geht's. Immerhin gut eingeparkt. Leute, wir sind jetzt gerade drinnen. Und, ähm, ja. Drehen jetzt gleich auch weiter. Es ist gerade echt arschkalt. Wollten uns ein bisschen aufwärmen. Und ich muss mein Handy ein bisschen laden. Weil sonst, ähm, geht das mitten im Video einfach aus. So. Und wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass, wenn man einmal die Latte trifft, dass, egal bei welchem Tor, wenn man einmal die Latte trifft, hat man gewonnen. Wir gehen jetzt gleich wieder raus. Und dann ist es wahrscheinlich schon richtig dunkel. Aber das passt. Ähm. Und sonst müssen wir halt die Softboxen mit rausnehmen. Nee, dann geh ich nach Hause. Ach ja. Ach ja. Und Jerome muss gleich auch nach Hause. Deswegen müssen wir das auch ein bisschen schneller gleich machen. Wie viel Prozent hab ich gerade? Ich habe gerade... 12 Prozent. Ich würde sagen, das reicht. Wir gehen raus. Und let's go. Wir sind jetzt beide getroffen. Ich sage mal, ne? Ich bin weg. Tschüss. What the fuck? Okay, warte kurz. Ich gebe dir noch, ich sage, du darfst einmal noch gerade versuchen. Nimm und dann geht drauf. Ja, okay. Oh, scheiße. Ja, Opfer. Ja, war knapp. Ja, Arschbolzen gibt's, hab ich gehört, ne? Oh, scheiße. Schöne ich. Okay. So, Leute, jetzt gibt's Arschbolzen. Jerome hat leider gewonnen. Äh, zwei Schuss hat er gesagt. Viel Spaß, mein Lieber. Ich hätte eigentlich niemals gedacht, dass ich direkt treffe. Ich dachte, ich auch nicht. Oh, das tut bei der Kälte so weh. Ja, ich dachte, der Ball ist doch was härter, wenn wir vorhin draußen liegen. Ja, ich hab bei der Kälte so weh, Leute. Das war's jetzt hier mit der Fußballstelle. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Mein Hinter tut immer noch Arsch weh. Das tut bei der Kälte echt richtig weh. Ja, herzlichen Glückwunsch. Für den Sieg. Ja, gern wieder, ne? Ja, ja, ich... Ja, ja, hier, tschüss. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Haut rein und... Ciao.